Oh, das war nicht beabsichtigt. So, dann mal ab zu Dutch. So, Dutch ist hier beim Sheriff. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier weiter geht. Oh Gott, das ist ein Sternhägel voll. Dem geht es mal nicht mehr gut. Ich habe dir gesagt, wir gehen in dieser Welt. Deputaten. Du hast endlich verloren. Amongst diese Trunkards, Hillbillies, und Schlavers? Good, honest Thee wie uns. Wir sind bereit, zu sein Moralizers in einem Ort wie dieser. Oh, Sheriff Ray, du bist zurück. Jetzt hörst du, Herr. Es gibt eine Schreie in diesen Wald, doch. Und es kostet in dieser Stadt seinen guten Namen. Und der Stadt eine ganze Menge Geld. Sind wir jetzt wirklich Deputies? Alles klar. Ich fahr mit ihm, okay. Ich hab noch nicht mal meine Waffen mit dabei. Archibald? Wie geht's dir? Sehr gut. Und dein Freund hat sich selbst verhalten? Oh, ja. Ich denke, er hat seine Lehre gelernt. Herzlichen Dank, dass du ein temporär geputiert wurde von Scarlet Meadows County. Die meisten Städte bekommen nur Bountyhörner, um ihre dörte Arbeit heute Morgen zu machen. Ich würde sagen, da haben sie den Bauern, äh, zum König gemacht. Ich würde sagen, aber folgen meine Waffen und du bist einfach gut. Natürlich. Hey, Archibald will uns bemerken, dass er hier in Ordnung ist. Natürlich. Wer wäre denn? Aber du warst eine große Hilfe mit den Andersen-Geräusern, und ich habe in eine sehr gute Rede mit dem Sheriffen, auf deinem Handeln gesagt. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Wir haben uns die anderen abgeholt. Ich stehe für die Röpe selbst, aber das ist bei der Beine. Also, diese Moonshiners? Nicht nur irgendwelche Moonshiners, Braithwaite. Ich habe dich über die Braithwaite gesagt. Ich bin ziemlich sicher, dass du das. Eine alte Kotton-Familie hatte eine Furchtung an einem Moment, bis, äh, ein paar Veränderungen in der Arbeit erfolgt. Jetzt sind sie mit Moonshine. Wir finden ihre Stills hidden all over Lemoyne. Quick, als wir destroy one, eine andere pops-up. Du könntest es eine Pitiful Fall von Grace, wenn sie eine Grace zu starten haben. Ich habe keine Zeit für Tax-Docke. Nichts. Nichts, dass Katharine Braithwaite hat eine eher expensive Interesse in Thoroughbred Horses zu maintain. Aber ich hörte etwas über es zu sein, dass es gold, diese Familien zu kämpfen. Ja, du bist nicht dabei. Ach, du bist nicht dabei. Ja, ich sehe die Kutche. Guck mal hier, mein liebes Pädchen. Ich brauche mal kurz ein bisschen Munition. Ich darf meine Waffen nicht ausrüsten. Wie unfair ist das denn? Okay, ich darf nichts ausrüsten. Okay, ich muss wirklich freundlich sein. Das heißt auch ausrauben darf ich nicht. Ich weiß nicht. Das muss jetzt passiert. Ich weiß nicht. Das muss ich heute passieren. Hey, komm mal einsehen. Komm mal hier. Komm mal hier. Ich habe tatsächlich einen Stern hier. Na, wo willst du hin, Arthur? Sollst du wieder rauf? Na, sicher doch falsch. Ich werde dir das. Okay, Friedrich Mitchell. Le Moyne-State Legislator. Poor Feller. Ja, das ist sicherlich die Raiders für mich. Ein paar Ex-Armee Freestaters, ohne eine Art von Respekt für das Recht. Das sind sieben offizierungen, die diese Jahrzehnte zerstören. Ja, das sind die Lieblingsfeller in meiner Erfahrung. Ich dachte schon, er verführt sich ja, aber er ist richtig. Schön tief in die Sümpfe fahren. Na, wo sind wir denn jetzt? Ja, das ist sicherlich. Also, was ich gesagt? Was ich gesagt? Was ich gesagt? Was ich gesagt? Das Wort macht mich verrückt. Bingo, type stein. Chorien. Jetzt geht noch jemanden, B comments? Das ist sicherlich. Wir brauchen die, dann nehmen diese Operation nach gut. Ach immer! Wir sehen, was wir gehen. schön einschleichen links ohne entdeckt zu werden alles klar habe ich verstanden das heißt wir holen ihn erstmal an der brücke ich mache das und los geht's macht das fesseln ihn jetzt müssen wir ihn da drüben holen und Den kriegt man da auch noch. Zapp, gleich mal ordentlich verpacken. So, nur noch Brutto bezahlen. Dann schau mal, nehm mal weg hier. Guck mal, ich kann auch noch schneller laufen hier. Nur nicht runter fein, nur nicht runter fein. Zack, der Lichter. Uh, ich darf was zu zerstören. Wo ist die denn jetzt, wo soll ich das anbringen hier? Komm, ich will hier noch irgendwo eins anzünden. Ich will hier noch eins anzünden. Genau. Einzünden. Oh, 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 oh. Nein, wir haben's verpasst. ich finde bill echt jetzt zack und weg so der steht nicht wieder auf nix irgendwas läuft da nicht richtig kommen die denn alle her wo rennt er denn die ganze zeit hin hier hängt er nicht an seinem leben 3 3 Jetzt haben wir ihn. So, das war's. Oh, war's noch nicht. Kann ich noch ein bisschen durchfosten hier. Ist mir egal, die haben wir ganz tolle Sachen hier liegen. Hier ist garantiert noch was wichtiges dabei. Ja, ich weiß, ich soll zu Deutsch zurück, aber hier ist garantiert noch was ganz Interessantes. Oh, ich sehe nichts Interessantes. Ich kann da hier nicht alles liegen lassen. Du bist ja ungünstig gefallen. Da ist irgendwo noch einer. Ja, hier ist einer. Das Gute ist, ich habe meinen Hut behalten, das ist ganz wichtig. Dynamit wieder gefunden. Sehr gut. So, jetzt haben wir alles. Das ist doch okay. Jetzt kommen wir zu Deutsch. Hier ist auch alles in die Luft gesprengt worden, was ich leider nicht gesehen habe. So, jetzt ist er auch wieder voll. Auf zu Deutsch. Was war das? Und wer liegt da? Oh. So, ich würde mich nicht v пл supporting sie oder so etwas verdienen. Ich bin recht. Soll ich das nicht? Ich nehme das für persönliche Handlung. Es ist eine Art Teil des Geschäftsliebe. Aber ich hätte besser nach Hause kommen. Warum nicht nur ein oder zwei und verlassen euch die anderen, um zu zeigen, dass es keine schweren Gefühle ist aufgrund der Krieg? Wir sind alle Amerikaner. Natürlich. Mein Freund, Webster. Er sagte, dass wir uns nicht als Amerikaner als andere sind. Wenn du das, was ich meine. Nur ich habe nicht, ganz gut. Komm schon, du Degenerat und nicht gut Blut, blöde, Hildbilly Schum. Ich weiß, dass du dein Lieben endlich bist. Endlich. Wir haben ein Lieber, auf einem Land so stöpid, ein Backwater, so Backwards, dass sogar wir, sind wie Genios. Bill! Komm schon! Okay. Ha! Gleichzeitig! Ja! Show es zu Hosea! Ich bin sicher, dass er eine benötigt hat. Ein Problem da hinten, Arthur? Nicht immer. Von dem, was sie sprachen, ich denke, dass sie die Verkaufler sind. Archibald war nicht zu viele Fragen, also wir nicht. Ich habe nicht zu planen. Das war nicht wert, aber. Deputiertiert, und schlägt in plain sight. Diese Lawmen, diese zwei Familien. Ich meine, ich denke, ich denke, wir können das von allen Seiten spielen. Es hat Hosea alles über uns geschrieben. Das klingt wie die jungen Dutch wieder. Was meinst du, jungen Dutch? Ich bin so stark, als ich es immer war. Hey, du weißt, was? Okay. Ein Rennen gegen Dutch, um nach Hause zu kommen. Annehmen. Boah, der hat geschummelt! Er hat geschummelt! Das geht's! Ingo, komm! Schönen Windschatten nehmen! Schönen Windschatten nehmen! Überholt! Und schön, deine Eisenbahn! Ich bin so schwer! Punkt runter! Ich bin so schwer! Chlor auch! Ich bin so schwer! Puh, ich bin so schwer! Ich bin so schwer! ich bin immer noch vorne ich muss irgendwo schon die haben so eine lore gehabt und schon geht es weiter nein nein im fall abgebogen ich habe nicht aufgepasst nein ich habe verloren ich habe nicht aufgefasst auf den letzten metern ok hat zurecht gewonnen mit meinem alten ingo wäre das nicht passiert und damit haben wir wieder was geschafft ich kümmere mich jetzt erstmal um ingo und mich selbst natürlich und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ja gut und ich freue mich natürlich darauf in den nächsten folgen sage hier tschüss macht's gut und ab dann schönen tag ja 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 ja